Wenn man schon nicht gerne lernt, dann arbeitet man auch nicht gerne. Dann arbeitet man nur für Geld und nur, wenn man muss. Die Leute, die nur arbeiten, um Geld zu verdienen oder die nur arbeiten, weil sie müssen, die arbeiten ja nicht gerne. Was wir heute brauchen, sind ja Leute, die mitdenken, die das Ganze sehen. Da braucht man welche, die wirklich auch nett zu den Kunden sind und die auch immer wieder Möglichkeiten finden, mit den Zulieferern so eine Beziehung aufzubauen, dass da was Langfristiges und Stabiles daraus werden kann. Das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Und das alles kann man gar nicht in der Schule lernen. Und das alles ist aber das, was im 21. Jahrhundert immer wichtiger wird. Wir brauchen keine abgerichteten Zirkustiere, sondern wir brauchen tatsächlich Menschen, die Freude an dem haben, was sie tun.